Zamba, Zamba! Sehr ehrlich, ja? Also wir sagen... Zamba, Zamba! Zamba, Zamba! So, einen Titel noch. Okay, einen Titel noch. Und du kannst schön mittransen, der ist richtig... Mallorca, und so weiter... Also, du wirst sehen, schwingen mit den Hüften. Warte mal, ich muss erst mal... Ich muss mich erst mal ein bisschen krach machen. Eigentlich habe ich die Schnauze voll, wirklich. Meine Stimmbänder sind jetzt etwas strapaziert. Angelina. Ne, nicht Angelina, sondern Marleen. Ja, mein Sohn, das krieg ich noch hin, Marleen. Und dann kommt die Band wieder. Ist das nicht ein geiler Abend? Keine Steuern, kein Eintritt, kein Regen, kein Trump, nichts. Wirklich geil. So, und ich brauche mal einen Mitzhelfer und dann kannst du hier tanzen. Dann zeig mal, denn bewegt deinen süßen Arsch. Okay, nicht für die Kinder. Geht nämlich so? Also, Marleen.